Dringende Nachricht aus Gera – ein chaotischer und kontroverser Polizeieinsatz In Gera, einer Stadt, die normalerweise für ihre Ruhe bekannt ist, erleben wir eine völlig unerwartete und chaotische Situation. Wir haben schockierende Aufnahmen eines Polizeieinsatzes erhalten, der offenbar zu etwas viel Größerem und möglicherweise Gefährlicherem eskaliert ist. Die Szenen sind voller Spannung und Unordnung. Und es scheint, als könnte schnell alles schief gehen. Die Stadt Gera steht im Epizentrum eines großen Polizeieinsatzes. Wir haben zwei Videos erhalten, die das Vorgehen der Behörden vor Ort zeigen. Die Bilder sind eindeutig. Schwerbewaffnete Polizisten mit Schutzausrüstung sind in großer Zahl anwesend. Die Lage ist angespannt und es liegt ein Klima der Unsicherheit in der Luft. Viele Menschen fragen sich, was passiert und welche Auswirkungen es auf die lokale Gemeinschaft haben könnte. Dieser Vorgang ist kein Einzelfall. In den letzten Jahren kam es in der Stadt zu einem Anstieg der Polizeieinsätze, insbesondere bei Veranstaltungen und Demonstrationen. Häufig werden diese Maßnahmen als Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gerechtfertigt. Doch dieses Mal scheint die Situation besorgniserregende Ausmaße angenommen zu haben. Typischerweise wird in dem Gebiet, in dem die Operation stattfindet, Aufklärungs- und Gemeindearbeit durchgeführt. Ziel dieser Projekte ist es, die lokale Bevölkerung zu unterstützen und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Allerdings werfen die massive Polizeipräsenz und die Art und Weise des Einsatzes viele Fragen auf. Manche fragen sich, ob diese Maßnahmen wirklich notwendig sind oder ob sie die Situation verschärfen. Was wir wissen ist, dass in der Gegend kürzlich ein Verbot verhängt wurde. Offenbar wurde dieses Verbot von einigen Gruppen gewaltsam aufgehoben, darunter von einer Gruppe, die als Aftlerer bekannt ist. Die Situation hat sich so zugespitzt, dass viele Einwohner darüber nachdenken, die Stadt zu verlassen. Sie haben das Gefühl, in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher oder willkommen zu sein, was ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Lage ist. Im Zentrum dieses Sturms stehen einige bekannte Namen. Unter ihnen waren Jürgen Elsesser, Martin Sellner, Frank Hausner und Martin Kohlmann, die als Redner bei der vermeintlich friedlichen Veranstaltung anwesend waren. Die Veranstaltung wurde jedoch abrupt abgebrochen und abgebrochen. Es gibt Berichte, dass die Polizei aggressive Methoden anwendete, was zu Empörung und Fragen zur Anwendung von Gewalt geführt hat. Diese Personen sind umstrittene Persönlichkeiten und ihre Anwesenheit bei Veranstaltungen erregt oft die Aufmerksamkeit sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern. Die Frage ist, inwieweit hat ihre Anwesenheit die Eskalation der Situation beeinflusst? Und was noch wichtiger ist, wie sollten Behörden mit einer solchen Situation umgehen? Aufsehen erregte die Anwesenheit von Journalisten vor Ort bereits vor Beginn des Polizeieinsatzes. Dies wirft mehrere Fragen auf. Wie haben sie von der Operation erfahren? Wer hat sie gewarnt? Die Bilder zeigen deutlich, dass Journalisten vor Ort waren, die bereit waren, die Ereignisse zu dokumentieren. Dazu gehören Bilder einer bekannten Figur, die nur einen Bademantel trägt, was die Atmosphäre der Spannung und Spekulation nur noch verstärkte. Diese Episode brachte das Problem der Pressenneutralität ans Licht. In einer solch heiklen Situation kann die Präsenz der Medien dazu beitragen, die Transparenz aufrecht zu erhalten, sie kann die Situation jedoch auch verschärfen. Es ist ein schmaler Grad zwischen der Information der Öffentlichkeit und der Verschärfung einer Krise. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage der Verbote und der Meinungsfreiheit. Berichten zufolge trug eine Gruppe von Menschen T-Shirts mit bestimmten Buchstaben, die mittlerweile als illegal gelten. Diese Briefe haben offenbar eine politische oder symbolische Konnotation und die Behörden beschlossen, sie zu verbieten. Dies wirft Fragen über die Grenzen der freien Meinungsäußerung und die Art und Weise auf, wie diese Einschränkungen durchgesetzt werden. Diese Einschränkungen sind nicht nur eine Frage der lokalen Politik. Sie haben größere Auswirkungen auf das Land als Ganzes. Man hat das Gefühl, dass wir in Zeiten zunehmender Zensur und Kontrolle leben, in der sogar Worte und Symbole von den Behörden streng überwacht werden. Die Reaktion der Community war gemischt. Manche Menschen sind empört über die ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Unterdrückung. Andere hingegen unterstützen das Vorgehen der Polizei, weil sie es für notwendig halten, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Diese Spaltung spiegelt ein breiteres Panorama der sozialen und politischen Spannungen im Land wider. Die Polizei hingegen befindet sich in einer schwierigen Lage. Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Achtung der Rechte der Menschen finden. Die Frage ist, ob ihnen dies auf faire und unparteiische Weise gelingt. Das Filmmaterial zeigt einige beunruhigende Szenen, darunter einen Moment, in dem ein Polizist ein Mobiltelefon fallen lässt. Und dann kommt es zu einer offensichtlichen Beleidigung durch einen Zivilisten. Diese Vorfälle sind ein Sinnbild für die Spannungen und das Misstrauen zwischen der Polizei und der Bevölkerung. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Geschichte ist die Berichterstattung in den Mainstream-Medien. Viele beklagen, dass über diese Ereignisse nicht ausreichend berichtet wird oder dass die Berichterstattung voreingenommen ist. Dies verstärkt nur das Gefühl der Entfremdung und des Misstrauens gegenüber Institutionen. Die Mainstream-Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Information der Öffentlichkeit. Aber wenn sie versagen, entstehen Informationslücken, die durch Gerüchte und Fehlinformationen gefüllt werden können. Wir leben in herausfordernden und komplexen Zeiten. Was in Gera passiert, ist ein Mikrokosmos größerer Probleme, die das Land betreffen. Es ist eine Zeit, über die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit nachzudenken. Als Gesellschaft müssen wir ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz dieser Werte und der Gewährleistung, dass sich jeder sicher und willkommen fühlt, finden. Die Situation in Gera ist eine starke Erinnerung daran, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, was um uns herum geschieht. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Handeln der Behörden transparent ist und die Rechte der Menschen respektiert werden. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Gemeinschaft weiterhin den Dialog führt und nach friedlichen Lösungen für die Herausforderungen sucht, vor denen sie steht. Die Situation in Gera spiegelt die komplexen sozialen und politischen Dynamiken wider, mit denen viele Länder heute konfrontiert sind. Angesichts der Anwesenheit umstrittener Persönlichkeiten, eines massiven Polizeieinsatzes und der Spannungen zwischen Behörden und Zivilisten wirft die Veranstaltung entscheidende Fragen zur Meinungsfreiheit, zur Gewaltanwendung durch die Polizei und zur Rolle der Medien bei der Berichterstattung über diese Ereignisse auf. Der Vorfall unterstreicht auch die Bedeutung eines offenen und ehrlichen Dialogs zwischen der Gemeinschaft, den Behörden und den Medien. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Handeln der Behörden transparent ist und die Rechte der Bürger geachtet werden. Polarisierung und Fehlinformationen stellen in solchen Situationen echte Risiken dar, weshalb die Präsenz verantwortungsbewusster und unparteiischer Medien umso wichtiger ist. Schließlich ist das Geschehen in Gera für uns alle ein Aufruf zum Nachdenken. Als Gesellschaft müssen wir ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und dem Schutz individueller Rechte finden. Es ist eine Erinnerung daran, dass es trotz Unterschieden möglich ist, eine gemeinsame Basis zu finden, auf der sich alle sicher und respektiert fühlen. Die aktuelle Situation sollte für uns eine Gelegenheit sein, zu lernen, uns anzupassen und uns auf eine gerechtere und integrativere Gemeinschaft zuzubewegen. Wir wollen von dir hören. Wie empfinden Sie die Ereignisse in Gera? Denken Sie, dass die Polizei fair handelt? Was ist mit Verboten und Meinungsfreiheit? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und beteiligen Sie sich an dieser wichtigen Diskussion. Ihre Stimme ist wichtig, um besser zu verstehen, was passiert und wie wir als geeinte und gerechte Gesellschaft vorankommen können. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu dieser sich entwickelnden Situation. Wir werden die Situation weiterhin überwachen und Ihnen die neuesten Informationen liefern.